Am Dienstag dieser Woche fand im Landratsamt Zwickau eine gemeinsame Pressekonferenz des Landkreises mit der Polizeidirektion Zwickau statt. Hintergrund war der, dass zu diesem Zeitpunkt alleine für die Stadt Zwickau 17 Anmeldungen für Aufzüge und Grundgebungen für den 1. Mai vorlagen. Dieses angezeigte Versammlungsgeschehen ist einmalig für die Muldestadt. Anmeldungen gab es unter anderem auch vom Dritten Weg und den Querdenkern. Landkreis und Polizei haben eine Einschätzung der Lage vorgenommen und alle Veranstaltungen abgesagt. Begründet wurde das damit, dass Massenansammlungen von Menschen bei den derzeitigen Inzidenzen nicht zu verantworten sind. Abgesagt wurde damit auch die traditionelle Mai-Veranstaltung des DGB, die alljährlich auf dem Zwickauer Hauptmarkt stattfindet. Wie schon im letzten Jahr ist heute, am Vorabend des 1. Mai, Sabine Zimmermann, die DGB-Kreisvorsitzende von Zwickau, bei uns zu Gast. Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Kolleginnen und Kollegen, alles neu macht der Mai. Auch in diesem Jahr wird der 1. Mai leider wieder online stattfinden müssen. Die Corona-Pandemie lässt die gewohnten Veranstaltungen nicht zu. Aber eines bleibt gleich. Der 1. Mai ist ein Kampftag und den lassen wir uns nicht nehmen. Wir feiern trotzdem mit einem digitalen Tag der Arbeit und mit kämpferischen Forderungen für eine bessere Zukunft. Und noch ein Gutes hat die Situation, trotz Pandemie. Die Nazis, der Kleinpartei, der Dritte Weg, dürfen nicht demonstrieren. Sie hatten in Zwickau eine Kundgebung angemeldet, genau 88 Jahre nach der Zerschlagung der Gewerkschaften. Und ausgerechnet auf dem Platz der Völkerfreundschaft. Aber wir lassen uns den 1. Mai nicht noch einmal von den Faschistinnen und Faschisten nehmen. Der 1. Mai bleibt, was er immer war. Ein Tag, der nicht den Ideen von vorgestern gehört, sondern den Ideen von morgen. Die Arbeitswelt von morgen müssen wir heute gestalten. Gerade jetzt in dieser schweren Wirtschaftskrise und in dieser Pandemie. Denn die Lage ist ernst. Wir haben im letzten Jahr zweieinhalbtausend Arbeitsplätze in der Region Vogtland-Zwickau durch die Pandemie verloren. Die Beschäftigung ist eingebrochen, die Kurzarbeit gestiegen. Zudem haben wir in unserer Region niedrige Löhne. Die Menschen brauchen einfach mehr Geld in der Tasche. Denn wenn sie mehr Geld haben, können sie mehr kaufen. Und wenn sie mehr kaufen können, muss mehr produziert werden. Das kurbelt die Konjunktur an. Das schafft Arbeitsplätze. Durch die niedrigen Löhne kommen die Hälfte der Beschäftigten kaum über 1.000 Euro Kurzarbeitergeld. Es liegt also auf der Hand, was zu tun wäre. Es braucht ein höheres Arbeitslosengeld und ein Mindestkurzarbeitergeld von 1.200 Euro. Aber natürlich muss auch die Grundursache der Probleme angegangen werden. Und das sind die niedrigen Löhne. Viele Beschäftigte fallen nicht unter Tarifverträge. Und das heißt, weniger Lohn und im Fall von Kurzarbeit meist keine Aufstockung durch den Arbeitgeber. Sachsen hat sogar die niedrigste Tarifbindung in ganz Deutschland. Das ist ein echtes Armutszeugnis. Die Tarifbindung muss also gesetzlich deutlich erleichtert werden. Denn Tarifverträge garantieren gute und faire bezahlte Arbeit. Und flankierend braucht es einen deutlich höheren Mindestlohn. Es ist richtig, dass die IG Metall im Moment für die Angleichung der Löhne Ost an West kämpft. Denn 30 Jahre nach der Deutschen Einheit muss endlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit gelten. Gute Arbeit und ein starker Sozialstaat, das sind die Forderungen zum diesjährigen Tag der Arbeit. Die Corona-Pandemie zeigt uns deutlich auf, wie wichtig eine solide soziale Absicherung ist. Wir brauchen auch wieder mehr Solidarität zwischen den Menschen. Ja, eine solidarische Gesellschaft ist wichtiger denn je. Deshalb lautet das Motto der DGB-Gewerkschaften zum 1. Mai, Solidarität ist Zukunft. Bleiben Sie gesund. Glück auf.